Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 teilsouveränen Ländern, die auch Bundesländer genannt werden. Thema dieses Films ist das Land Brandenburg. Es liegt im Nordosten Deutschlands und grenzt im Norden an Mecklenburg-Vorpommern, im Westen an Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und im Süden an Sachsen. Die östliche Landesgrenze bildet gleichzeitig die Staatsgrenze der BRD zu Polen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.